Also ich bin der Paul. Ich bin der Sascha. Ja, wir sind spontan auf die Idee gekommen, dass gerade eh eine relativ schwierige Zeit ist mit den ganzen Beschränkungen. Die Leute einfach ein wenig ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und dann haben wir uns Kostüme gekauft, haben uns auf die Moritz geguckt und fahren jetzt gerade durch die Gegend. Von den Leuten kommen sehr positive Rückmeldungen, die freuen sich alle total. Die linken uns, fotografieren uns. Ja, schöne Leute lachen zu sehen zu so einer Zeit, zu der Corona-Zeit. Wer hat eigentlich die Idee gehabt zu der ganzen Aktion? Ja, wir haben es letztes Jahr schon spontan gemacht, Kumpel und ich. Und dieses Jahr haben wir halt wieder geschaut gehabt, wie wir ein wenig zusammenkriegen. Und dann sind wir so allgemein draufgekommen in der Morbet-Gruppe, dass wir als Weihnachtsmänner verkleidet durch Neustadt fahren. Wir wünschen den Neustädtern auf jeden Fall eine gute und besinnliche Zeit über die ganze Weihnachtszeit und einen guten Rutsch natürlich ins Neujahr. Genau, und das Wichtigste natürlich gesund bleiben, Abstand halten, wie man es halt so kennt. Und ja, frohe Weihnachten, wünscht auf jeden Fall die Möhren-Gang. Genau. Ja. 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 Ja.